Servus und willkommen zurück zu einem neuen F1 23 Video. Ja, heute schauen wir uns mal ein Setup an für den Kino Grand Prix. Und ich habe da nichts besseres rausgesucht, als einfach mal einen 500er Sprint, also 500er gegen die KI. 110er KI war es und das Setup hat sich dann einfach gleich mal eingeblendet und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne einen Like und einen Follow da. Ja, viel Spaß. ZD3 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 Untertitelung. BR 2018 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 All right, race over.